Mit Sicherheit nicht. Kennt ihr den Oberarzt da? Bitte? Kennt ihr den Oberarzt da im neuen Stadtruhrkrankenhaus? Majot? Majot? Ist das der neue? Ne, das ist der alte neue. Meinst du, der war dabei? Bei der Hildegard? Aber der deckt sich zumindest zu. Ja. So. Hildegard, wie geht's dir? Schön. Es wackelt auch schön. Frag mal, wie es dem Ochsen geht. Ja, das ist auch eine gute Frage. Wie viel trägt dein Ding überhaupt? Ne, ich hab den Ochsen gefragt, nicht dich. Obwohl, ich hab ja da den Ochsen gefragt. Da, Ochse, wie fühlst du dich? Hildegard, ich sprich mit dir. Läuft. Herrlich, 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 herrlich. Wer magst du fertig? Das macht er nicht zum Ersten. Das macht er nicht, das macht er nicht, das macht er nicht zum Ersten. Jawoll. Hildegard! Heeey!